Die Regionen sind Gebietskörperschaften in Frankreich. Seit Anfang 2016 existieren 18 Regionen, davon befinden sich 13 in Europa und 5 sind französische Überseegebiete, französisch Guyana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte und Réunion. Die in Europa gelegenen Regionen bestehen jeweils aus mehreren Departements. Die Überseeregionen enthalten jeweils nur ein Überseedepartement. Corsica ist eine Gebietskörperschaft mit Sonderstatus. Die Regionen lassen sich in ihrer Größe mit den deutschen Ländern vergleichen. Bezüglich ihrer Kompetenzen entsprechen sie aber eher Regierungsbezirken. Sie sind keine Gliedstaaten mit eigener Verfassung. Ihre Autonomie ist finanzieller, nicht aber gesetzgeberischer Art. Bis Ende 2015 gab es im europäischen Teil Frankreichs statt der heutigen 13 noch 22 Regionen. Die ersten Wahlen zu den Regionalräten der neu formierten Regionen fanden am 6. und 13. Dezember 2015 statt. Aufbau und Funktion Institutionen der von der Zentralregierung ernannte Regionalpräfekt koordiniert die Tätigkeit der Zentralregierung in der Region. Die Funktion des Regionalpräfekten wird jeweils in Personalunion von dem Präfekten des Departements ausgeübt, in dem sich der Hauptort der Region befindet. Der Regionalrat wird alle sechs Jahre direkt gewählt. Während bei den Wahlen der Regionalräte 1986, 1992 und 1998 ein reines Verhältniswahlsystem eingesetzt wurde, wurde zu den Wahlen vom März 2004 ein neues Wahlverfahren eingeführt. Demnach gilt weiterhin ein Verhältniswahlrecht nach Listen, jedoch mit zwei Wahlgängen und einer Mehrheitsprämie. Wenn im ersten Wahlgang keine Liste die absolute Mehrheit der Stimmen gewonnen hat, findet ein zweiter Wahlgang statt. An diesem können nur Listen teilnehmen, die im ersten Wahlgang mehr als 10% der Stimmen erhalten haben. Gleichzeitig erhalten alle Listen, die im ersten Wahlgang mehr als 5% der Stimmen erhalten haben, die Möglichkeit, mit einer anderen Liste zu fusionieren. Drei Viertel der Sitze des Regionalrats werden proportional unter allen Listen verteilt, die im letzten Wahlgang mehr als 5% der Stimmen erhalten haben. Die siegreiche Liste mit mehr als 50% im ersten Wahlgang bzw. der größten Stimmenzahl im zweiten Wahlgang erhält das letzte Viertel der Sitze des Regionalrats zusätzlich. Der Regionalrat wählt einen Präsidenten sowie mehrere Vizepräsidenten für verschiedene Zuständigkeitsbereiche, die die Selbstverwaltung der Region leiten. In den Überseeregionen existieren jeweils nebeneinander ein Regionalrat und der Generalrat des Departements, die jeweils die den Regionen bzw. den Departements zukommenden Befugnisse ausüben. Als Gebietskörperschaft mit Sonderstatus hat Corsica nicht die Organe einer Region, sondern eine Versammlung, die weiterhin nach reinem Verhältniswahlrecht gewählt wird und einen dieser gegenüber verantwortlichen Exekutivrat. Amtliche Statistik Die meisten Regionen dienen auch als Statistikregionen der Ebene Nats 2. Auf der übergeordneten Ebene Nats 1 bestehen neun Sons Statuts C, der Management du Territoire. Geschichte Die heutigen französischen Regionen wurden 1956 als Programmregionen zur Koordinierung der staatlichen Regionalplanung geschaffen. Ab 1960 trugen sie die Bezeichnung Circus Cription Struction Regionale. 1964 wurden für die Regionen Kommission für regionale wirtschaftliche Entwicklung, Kommissions de développement économique regional, geschaffen. 1970 wurde die Region Provence-Alp-Côte d'Azur-Cors in die eigenständigen Regionen Provence-Alp-Côte d'Azur und Corsica getrennt. 1972 erhielten die Regionen den Status von Etablissements Publix unter Leitung eines Regionalpräfekten. Die Kommissions de développement économique regional wurden mit Wirkung ab 1973 in Regionalräte umbenannt. Die Überseedepartements erhielten 1972 ebenfalls den Status von Regionen. 1976 wurde das Gebiet um die französische Hauptstadt Paris, das bis dahin die Bezeichnung Region Parisien trug, unter dem Namen Ilée de France mit den übrigen Regionen gleichgestellt. Durch die Dezentralisierungsgesetze von 1982 erhielten die Regionen den Status von Gebietskörperschaften, wie ihn bis dahin nur die Gemeinden und die Departements besessen hatten. Im Jahre 1986 wurden die Regionalräte erstmals direkt gewählt. In den Überseeregionen fanden die ersten Regionalwahlen schon 1983 statt. Seitdem wurden die Befugnisse der Regionen gegenüber denen der Zentralregierung schrittweise erweitert. Corsica wurde 1982 eine Region mit Sonderstatus und hatte von diesem Jahr an eine direkt gewählte Regionalversammlung. Im Jahre 1991 wurde es eine Gebietskörperschaft mit Sonderstatus nach dem Vorbild französisch-Bolynesiens. 2011 kam Mayotte nach einer Volksabstimmung 2009 als Region hinzu. Neue Einteilung der Regionen seit 2016 Am 2. Juni 2014 schlug Präsident François Hollande eine Neugestaltung der französischen Region vor. Die Zahl der Regionen sollte demnach durch Vereinigung bestehender Regionen von 22 auf 14 verringert werden. Die entsprechenden Regelungen wurden im Gesetz Nummer 2015 bis 29 vom 16. Januar 2015 getroffen, publiziert am 17. Januar 2015. Das Ziel der neuen Einteilung ist eine Effizienzsteigerung der Verwaltung, um der Verschuldung Frankreichs entgegenzuwirken. So sollen bis zum Jahr 2017 rund 50 Milliarden Euro eingespart werden. Hollande mahnte zur Eile, da dies ein wichtiges Projekt für die Zukunft Frankreichs sei, das nicht verschleppt werden dürfe. Es gab zahlreiche Diskussionen und Meinungsäußerungen, welche Region fusioniert werden sollten. Zum Beispiel plädierte Segul Neuroyal für eine Fusion der Regionen Pace de la Leure mit Poitou Charant, Jean-Marc Ayrault dagegen für eine Vereinigung seiner Heimatregion mit der Bretagne. In der Normandie stritt man darum, welche die Hauptstadt einer Vereinigten Normandie sein sollte, eine der bisherigen Rouen oder Céne, oder Neu-Lé-Avres. Auch die Fusion von Midi-Pyre-Renis und L'Ontac-Roussillon sowie Piccardi und Champagner-Adenn wurde kritisch gesehen. Am 9. Juli 2014 wurde ein modifizierter Vorschlag präsentiert, der 13 Regionen vorsah. Wesentliche Änderungen im Vergleich zum Vorentwurf waren die folgenden. Limousin und Poitou Charant wurden mit Aquitaine fusioniert, die Piccardi mit Nord-Pas de Calais und die Champagner-Adenn mit Lothringen und dem Elsass. Auch dieser Vorschlag stieß auf Kritik. Die intransparente und als chaotisch wahrgenommene Vorbereitung führte zu Unmut. So kam es im Elsass zu größeren Protesten gegen die Fusion. Im französischen Parlament stimmten die Abgeordneten der Front de Gauche, der Grünen, der Parti Radickel de Gauche, der UMP und der UDI mehrheitlich dagegen. Dafür stimmten die Sozialisten. Insbesondere die UMP-Abgeordneten aus dem Elsass agitierten bis zuletzt vehement gegen den Plan. Der Gesetzesentwurf wurde in erster Lesung am 23. Juli 2014 in der Nationalversammlung und am 21. Oktober 2014 im Senat angenommen. Die endgültige Annahme durch das französische Parlament erfolgte am 17. Dezember 2014. Die bisherigen 22 Regionen Frankreichs wurden zum 1. Januar 2016 zu 13 Regionen zusammengefasst. Besonders die Elsässer protestierten gegen die Gebietsreform. In der Regel ist den Regionen als provisorischer Name die Verbindung der bisherigen Regionsnamen in alphabetischer Reihenfolge zugeordnet. Der endgültige Regionsname soll bis zum 1. Oktober 2016 durch Dekret des Staatsrates festgesetzt werden. Die Öffentlichkeit ist aufgerufen, sich im Internet mit Vorschlägen an der Namensbildung zu beteiligen. Zum Beispiel Hauts-de-France für die Region Nord-PAS-D-Kalne-Pekadi. Frühzeitig war Straßburg als Sitz der fusionierten Region im Nordosten Frankreichs festgelegt worden. Am 31. Juli 2015 legte die französische Regierung auch für die übrigen neuen Regionen provisorisch den Sitz der Regionalpräfektur fest. Sechs Regionen sind von der Neugliederung ausgenommen. Liste der Regionen Frankreichs bis 2015 Prozent D. Fläche Flächenanteil am Staatsgebiet Inkel Übersee in Prozent Prozent Flächenanteil am Mutterland Frankreich in Europa in Prozent BIP Bruttoinlandsprodukt in Euro pro Kopf Akku ZS. 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 Vielen Dank.